Alles da freund und weiter geht es auf unserem abenteuer Wir sind nämlich letztes mal gut vorangekommen Und jetzt warte mal warte mal den Dem ich auf jeden fall auch noch freischalten bevor wir zum endboss gehen sollte ich der endboss dieser map sein Deswegen lasst uns erstmal die linke den linken fahrt nehmen Und dann bewegen uns langsam zum endboss würde ich sagen Dieser map wie gesagt Da der nämlich also wir spoilern noch nicht wir gehen um mit der groß Wir gehen erst mal hier rein Geil okay ich bin dabei Ich bin dabei aber ja Metrop Let's go mit der schönen pokémon Ich bin bereit hier Wow Oh Aua Oh Oh Ich fluchte aus Egal ob so schaffe ich es Auch so schaffe ich es gegen Rob Eieieiei Ihr merkt es ne Ridley gefällt mir Der gefällt mir Aber ich muss Ich muss auf jeden fall noch gucken Was die charaktere genau so drauf haben Frey und Freya Hit it Frey und Freya Jetzt komm mit mal ran Link Schöner skin Oh ich Was Spiele randalierende Riesen Oh Komm mal ran Link Hehehehe Komm breath of the wild Rrrra Schon den Bomben vergessen? Schon den Bomben vergessen? Schon den Bomben vergessen? Ah Boah Das wäre geil Aber so geht es auch Hehehehe Mit dem Salto oder Rückwärtssalto Hauen wir ihn raus Ei Und Spaß Ich bin jetzt gespannt was abgeht Weil Oh danach Also wir sind jetzt hier Nach links gegangen ne Aber wenn wir hier durch sind Sollten wir auch noch Durch die Mitte In der anderen Seite Oh Gott Er klimme Er klimme Er klimme Der Pfad der Weisheit Um wahre Prüfungen zu finden Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Mega Mewtwo Y Was? Bidee Oh mein Gott Mega Mewtwo Y Rhaaa Oh Oh Nice waste Komm, sprich, doch Komm, komm, dich, so Komm, komm, dich, so Komm, komm Komm, sprich, doch Oh, die Däutschen Haha Oh my god Warum bist du so flink? Irgendwas stimmt gar nicht Was ist die Leine? Hä? Oh Ah Hey, ich bin gedodged Jetzt komm mal hoch, bitte Es geht schon viel zu lang mit dir Kerle Rausen Was? In der Luft In der Luft Komm mal runter, nein Oh Boah Dein Scheißernst Was ist das für ein Kampf gerade? Unnötig lange Unnötig Was? Dieser Kampf geht unnötig Ich bin alleine Jetzt ist es los mit dir verdammt Dieser Kampf geht unnötig lange Keiner weiß, warum der so lange geht Eieieiei Eieieiei Muss ja mich Mich jetzt arm Wann bin ich jetzt warm geworden? Jetzt zeige ich dir Oh Snack Mich auf Fiora Oh Sieh nur mit Kronikus Geil Hälfte machen das Leben schwer Sollen sie ruhig Sollen sie ruhig Komm, komm ran, komm ran, her Mich auf Fiora Sieh nur mit Kronikus, das war geil Als das zustande kam Nein BAM Kurz angeschrieben Und raus mit dir Was? Oh 4 Als neutral Als neutraler Geist 4 Ok Wie viel Stats habt ihr die? Ich muss mir ganz kurz nachschauen Interessant Noch ganz kurz rein Ah, wir haben auch ein paar Drainings geschickt Schauen wir das mal frei Was? Ok Whatever Ähm Was geht da? Wieso sind 3 fertig Und einer nicht? Oder was geht ab? Läfen lasst ich nur? Böse, oder? Na, 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 na Hier, drei Plätze Und sie hat noch eine Ability Er wird die eigene Sprung auf leicht Krass Ist ein sehr guter Geist Mich auf Fiora Ihr könnt zurück Du auch Du kannst auch trainieren lassen Ähm, aber Ja, drei Steine Die müsste ich unbedingt zahlen Oder? Der hat mir will zuhren Packen wir den mal rein Und dann einfach Just for fun Das ist von mir zuhren Ok Genau Soviel zum Training Train Akira Was? Was? Starke Schwerkraft Habe ich was dagegen? Und dann einfach Ich bin ganz angenehm Ich bin ganz angenehm So, auf dem ersten Blick So, auf dem ersten Blick Ich seh' meine Augen nicht Aber meine Augen sind auch kaputt Kaputt Zu viel Sharingan benutzt was solls wir mal einfach rein krass akira ausdauer smash was x oder wer ist das oh je die sind so zweit ja spring doch Ridley steh auf akira zieh eine Leine BOOM akira ist da jetzt kann ich mich ganz und ganz gar dir widmen ja ja Tatsumaki raus mit dir Tatsumaki ja niederlage starke Schwerkraft logo ich dachte schon warum komme ich nicht hoch ok ok macht Sinn macht Sinn fertig da nutzen wir die starke Schwerkraft ist das meine Akira die Legende let's go oh ein Hinweis 44 warte das will ich sehen was da jetzt droppt wenn ich 44 einstelle das will ich legit sehen oh ich kann nicht weg da ein egal da habe ich jetzt drauf gespannt was da abgibt wenn ich 44 einstelle hey was geht ja jetzt mal langsam ich wollte nicht gehen bevor wir zum kämpfen gehen will ich echt mal hey hier ist ja noch einer lol 44 au das ist nämlich bei nerd das ist nämlich bei nerd da droppt dann irgendwas krankes hoffentlich komm komm was raus mir raus mir raus mir Klonütenkraft oh ne wie geil ok 4.40 Uhr da kratzt du gar die Nase jetzt bei 4.40 Uhr jetzt machen wir erstmal 4 Uhr bang hä ach so die ist jetzt weg oder was naja ich wollte eh ach so ups falsch hier drin ist 4 Uhr 4.40 groß reinio und rasch 40 alter wer ist das mi dreck haha wow gg mi dreck das was 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 das hat sicherlich weh getan oh das hat sicherlich weh getan oh mein woher der guck ja soviel zu 4.40 Uhr jetzt gehen wir mal hoch zu dem oh oh ey das sind wir gar nicht von da gekommen naja hey total falsch oh ma hä ich bin grad nicht von da irgendwo runter gekommen ah von da hä 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 genau das einmal bitte hoch oh lol warte mal wieso haben wir das nicht gemacht lol dunben lol wieso haben wir den nicht besiegt let's go nicht schwertkämpfe ok dunben ist offen zinnobl zinnobl oh zinnobl knapp was die hau ich zeige dir he 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 ja komm doch komm doch alleine komm doch alleine komm doch mal dann bin he 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 als mich kippe raus mit dir raus mit dir raus mit dir so geil die attacke von ridley he 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 ist echt geil ok aber jetzt gehen wir da lange hin mal hoch smashbombe was gibt es hier oh wand mit link ok evolution möglich interessant wie das game habe ich beide noch nicht gespielt war es nicht a link to the past für 3ds ich weiß nicht mehr egal wir gehen jetzt mal hoch oh oh geil endlich bowser jr geil bowser jr ich finde den übertrieben witzig haha Oh, das hat weh. Bozo Junior, der ist richtig cool. Ich mag Bozo Junior. Richtig geil, wenn man andere Skins oder Farben wählt quasi, dann kommen die Geschwister. Okay, das wird reingeschaltet. Aber da waren wir auch schon. Heißt, wir können jetzt... Können wir nicht unternehmen. Können von hier aus nur hoch, aber wir können jetzt zum Endboss fallen. Ins Endspiel! Ins Endspiel! Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Ist das... Genne... Wer ist das? Oh mein Gott. Haha. Ja, komm her. Zeig du mir dann. Du mir dann Swipe. Oh! Oh, wie viel Schanz macht. Was? Was? Cheat. Ey, 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 langsam. Oh-oh. Oh-oh, oh-oh, oh-oh. Nein! Nein! Schwanlislang! Was... Was... Hey, Elf. Okay. Hör auf, man! Machst du nicht so kompliziert jetzt! Oh mein Gott! Junge, machst du nicht so kompliziert? Oh, du kleine Nervensehle. Ja, genau. Alter, ey, ganz ehrlich, das ist der Nervgrad total, der Nervgrad total, ey. Jetzt geh mal Ruhe, Mann, ganz ehrlich. Haha, wie aggressiv du war. Oh, wie groß Relays. Ja, so viel zu Ganon. Oh. Ja, warum ist er nicht Legendary, ganz ehrlich. Ich verstehe das nicht, warum die Boss, die Endfights keine Legendary Geister sind. Wahnsinn. Egal. Jetzt haben wir auch diese Map, die Map war richtig cool. Die war richtig geil. Oder Dungeon, oder whatever. Jetzt bin ich auch gespannt, wie es weitergeht, aber wir müssen noch in der anderen Welt nach oben. Oh? Na ja, das ist mir egal, haben wir jetzt geschafft. Jetzt geht's in die andere Welt. Was? Lot. Okay, dauernd nicht. Meow. Ey. Ey. Falsche Richtung. So. Genau. Hier. Wolltchen. Let's go. Jetzt, Freunde. Rechts waren wir, links waren wir. Haben wir geschafft. Rechts ist kein Stern. Haben wir da nicht alle Geister geholt, oder was? Kann sein. Macht nichts. Es geht. In die andere Welt. Oh. 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 Böse. Dies war böse. Das ist egal. Jetzt bin ich schwach, was da oben abgeht. Vor allem wie viel da noch geht. Und? Oh. 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 Oh, okay, okay. Interessant, Summer. Interessant. Wir haben noch übel viel zu tun. Geil. Ist geil. Ist geil. Bitte. Bitte. Axel, komm mal ran. Oh, BVB, man. Okay. Dein Ernst. Kinder sollten nicht mit Waffen spielen. Ich hab's dir gesagt. Achsel, langsam, bitte. Diese Achsel. Diese Achsel. Oh, je. Keine Zittern. Oh, je. Das erstmal hier. Oh, Darkrai. Oh. Schlafbogen. Oh. Quatsch. Den haben wir auch noch nicht. Oder? Ich glaube nicht. Was? Oh je, schwarzes Loch. Aua. Geh dir. Was ist das? Ziehleine, ey. Raus mit dir. Sack, raus, aber schnell. Ja. So, Freunde. Wir machen aber jetzt noch. Auf jeden Fall gehen wir mal nach links. Da ist ein Dojo oder whatever. Das schalten wir noch frei. Und dann machen wir mal Schluss zu diesem Part. Und nächstes Mal geht's sehr weiter mit der... Crazy Head. Dr. Stuart. Was? Was? Der hat's die ganze Zeit. Junge, hör auf dich zu rein und kämpf. Wie nervig ist Dr. Mario, bitte. Kann mir's mal jemand sagen. Ja. X4 X5 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 Ich glaube, es ist aktiviert, aber sei es drum. Legit sei es drum, aber sei es drum. Aber sei es drum, du dummer Doktor, du. Aber sei es drum. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh. Ridley ist angessig noch als Doktor Mario. Ich hab jetzt einfach mal so beschlossen. Ey, was ist jetzt? Ey, es ist so nervig, oh mein Gott, ich heul ihn Sieh Leine, Junge Aus mit dir Bei 100% explodieren sie, statt vorne dran Jedenfalls, Freunde, soviel zu diesem Part Wir haben Aktivitätsleicht das Duo abreichert Im nächsten Mal geht es weiter Wir haben noch eine Bekämpfung von Crazy Handel, Rino Ich bin geschmackt, was da abgeht, Freunde Ich bedanke mich für's zusenden in diesem Part auf jeden Fall Vielen Dank und wir sehen uns das nächste Mal Peace Outro